Herzlich Willkommen bei der Bürger GmbH, einem Maschinenbauunternehmen in Borken-Wesicke. Unser Camp-Produkt ist die Drehkohlenpumpe. Mit etwa 390 Mitarbeitern fertigen wir alle Produkte hier in Deutschland, um unsere hohe Qualität zu erreichen. Mit unseren acht Auslandsniederlassungen und unserem weltweiten Händlernetzwerk vertreiben wir unsere Produkte in mehr als 60 Ländern der Welt. Qualität ist uns sehr wichtig. Wir wollen die Dinge besser machen. Unsere Drehkohlenpumpen werden in einem sehr breiten Spektrum in einer großen Bandbreite weltweit bei den Kunden eingesetzt. In unserem Pumpen-Konfigurator haben wir 19 mögliche Kombinationsstellen, die wir frei wählen können. Und dann kommen wir da auf 16 Millionen Kombinationsmöglichkeiten in unserer Pumpe. Wir arbeiten seit 2011 mit der ISAB zusammen, sind mit Solid Edge gestartet, mit dem Edge PLM Compact und haben relativ schnell das Smart Variants mit ins Programm genommen, um unsere Produktvielfalt beherrschbar machen zu können. Als wir damals 2011 mit Solid Edge gestartet sind, ist uns eigentlich relativ schnell klar geworden, dass wir im 3D die Vielfalt von unseren Standardprodukten nicht realisieren können. Und durch den Einstieg durch Smart Variants haben wir halt diese Vielfalt sehr stark automatisieren können. In Smart Variants haben wir insgesamt ca. 50 Excel-basierte und entsprechend auch ca. 150 nicht Excel-basierte Mutterteile. Das beinhaltet z.B. Normteile, die Schrauben, Unterlegscheiben. Darüber können wir halt alle Komponenten, die wir bei uns in der Firma haben, direkt mit in 3D darstellen. Ein weiterer Meilenstein mit der ISAB war die ERP-Kopplung, wo wir unser ERP-System ProAlpha mit dem Compact gekoppelt haben und dementsprechend die technische und kaufendische Welt miteinander verbunden haben. Ein positiver Effekt der ERP-Kopplung ist dementsprechend die Optimierung der Prozesse, der Qualität und der besseren Durchlaufzeit in unserem Produkt. Wir haben relativ komplexe Stücklisten, die mehrere hundert Positionen beinhalten können. Da ist eine händische Übertragung natürlich fehleranfällig. Und durch die Schnittstelle haben wir es halt realisiert, dass diese Daten automatisch übergeben werden. Wir haben im ERP-System Workflows hinterlegt, die automatisch eine Überprüfung der Stücklisten und der Stammdaten voraussetzt und entsprechend über das Vier-Augen-Prinzip dann teilgibt. Projektabwicklung mit der ISAB ist sehr professionell und läuft sehr partnerschaftlich ab. Man hat da ein sehr gutes Verhältnis zu ISAB und dementsprechend laufen die Projekte da auch sehr lösenorientiert. WhatsApp-Beautom WhatsApp-Beautom Ist nicht nur, ist es wichtig, dass wir ein solches Verhältnis zu finden, die wir so gut wirklich nicht haben, die wir in der Zukunft nehmen können. Was ist ein solches Verhältnis zu finden? Liebe, das ist eine대�ange. Bitte, dass wir uns nicht auf das Video haben? Vielen Dank, dass wir uns nicht darstellen.